Zinedine Zidane, herzlich willkommen beim FC Bayern München. Ist das Ihr erstes Mal hier beim FC Bayern? Ja. Ja, das ist die erste Mal. Ich bin schon hier in diese Stadt, aber nur für 2-3 Tage. Und das ist die erste Mal, dass ich diesen großen Zentrum besitzen habe. Es ist nicht ein großartiges Zentrum, sondern es ist ziemlich familial. Ich bin froh, dass diese Installation herrscht. Sie haben gestern Karl-Heinz Rummenigge getroffen, heute beim Training zugeschaut. Pep Guardiola gerade getroffen. Was für Eindrücke haben Sie vom FC Bayern? Ich habe mir gedacht, dass ich mich hier vorgekommen bin. Es ist ein sehr guter Klub, mit Leuten, die die Fußballen respirent. Und mit den Präsidenten, wie Sie gesagt haben, Rummenigge. Mit Samer, das sind die Leute, die in den Fußballspielen spielen. Und dann auch die Relation mit Guardiola. Ich denke, das ist ein Klub, wie ich gesagt habe. Es ist ein Klub familiär. Es ist ein großer Klub. Es ist vielleicht ein Teil des Top 5 im Welt. Und in der Zeit, es ist eine große Herausforderung. Es ist ein Klub. Es ist ein Klub. Es ist ein Klub. Es ist eine große Herausforderung. Ich habe das, das Bayern zu München. Es ist gut, mit einer immer noch zu spielen. Es ist eine große Herausforderung. Es ist eine sehr gute Wahl. Ich bin nicht so zufrieden, was ich gesehen habe. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.